Als im Januar 1959 ein zigarrenrauchender, bärtiger Revolutionär, der Rechtsanwalt Fidel Castro, den korrupten und von den USA manipulierten Diktator Kubas F. Batista y Zaldivar stürzte und die Insel in einen kommunistischen, Moskau-freundlichen Modellstaat verwandelte, bedeutete dies für amerikanische Politiker einen schweren Schock. Seither sehen sie, ob Republikaner oder Demokraten, den stärksten Staat der freiheitlich-westlichen Welt militärisch permanent bedroht, von einem Inselstaat, dessen Reichtum aus Zuckerrohr und Tabak besteht, Rohstoffe, die auf dem Weltmarkt nur wenig einbringen. Die Stärke Kubas liegt in seiner strategischen Lage. Mitten im Hinterhof der USA gelegen, sind von hier aus alle wichtigen Ziele auf dem nordamerikanischen Kontinent mühelos erreichbar, vorausgesetzt, man verfügt über die richtigen Waffen. Von Moskau, finanziell und materiell stark unterstützt, entsendet Kuba seine Truppen und Militärberater in Länder der dritten Welt, um linke Regierungen oder Guerilla-Bewegungen zu stärken. Im Falle eines größeren Konflikts in Europa, so nehmen Militärexperten an, dürfte sich der sozialistische Inselstaat im Hinterhof der USA wahrscheinlich neutral verhalten, auch wenn amerikanische Militärs ständig das Schlimmste befürchten. Als die Sowjets 1962 mit der Stationierung von ballistischen Raketen auf Kuba begannen, brachte die Panikstimmung in den Vereinigten Staaten die Welt an den Rand eines Atomkriegs. Zwar konnte eine Katastrophe noch im letzten Augenblick abgewendet werden, aber das Misstrauen der Vereinigten Staaten gegenüber Kuba ist unverändert geblieben. Mit seiner nur 145 Kilometer von Key West, Südflorida, entfernten Hauptstadt Havana, hat Kuba eine geografische Schlüsselstellung in der Karibik inne. Das Land ist nicht nur in der Lage, sondern auch gewillt, linksgerichtete Guerillagruppen auf dem Festland zu unterstützen und kann, falls nötig, auch die Seewege bis weit in den Atlantik hinaus bedrohen. Auf der anderen Seite des Ozeans, in Afrika, unterstützen kubanische Truppen stellvertretend für Moskau die Verbände anderer. Die Vereinigten Staaten haben zwar selbst ihre Verbände weltweit nahe den Grenzen von Ostblockstaaten stationiert, zur Zeit der Kubakrise von 1962 verfügten sie über Stellungen für ballistische Mittelstreckenraketen vom Typ Titan in der Türkei, haben aber nie den Gedanken akzeptiert, dass die Gegenseite das gleiche Recht für sich beanspruchen könnte. Für fortgeschrittenen Training und leichte Angriffe auf Bodenziele verfügt Kuba über ROL 39, die vor allem die MiG-15 UTE in dieser Rolle ersetzt haben. Eine der kampfstärksten Modelle in der kubanischen Flotte ist die MiG-23 BN Flogger H. Kuba verfügt hauptsächlich über Jäger und Jagdbomber, während Flugzeuge für einen Angriff mit größerer Reichweite nicht vorhanden sind. Trotz der Aufrechterhaltung ihres Wirtschaftsembargos haben die USA seit Anfang der 60er Jahre zumindest keinen offenen Versuch mehr unternommen, die kubanische Regierung zu stürzen. Der im April 1961 und mit verdeckter Unterstützung der CIA unternommene Landungsversuch in der Schweinebucht mit rund 1300 seit 1959 aus Kuba geflohenen Freiwilligen aus Guatemala schlug fehl und war für die USA äußerst peinlich. Mit seiner am 22. Oktober 1962 verhängten Seeblockade, die bis zum 22. November aufrechterhalten wurde, erreichte Präsident Kennedy zwar den Rückzug der sowjetischen ballistischen Mittelstreckenraketen vom Typ SS-4 Sandal, die gerade installiert wurden, und die Rückführung von 42 leichten Bombern vom Typ Ilyushin 28 Beagle, dafür aber musste sich Washington verpflichten, sich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten Kubas einzumischen. Während Kuba seit dieser Zeit nicht nur Zucker, sondern auch Revolutionen zu seinen Hauptexporten zählt, hat sich Fidel Castro durch seine Entschlossenheit, dem benachbarten Riesen zu trotzen, die besondere Achtung der Bewegung blockfreier Staaten erworben. Dank seiner geografischen und politischen Position hat Kuba seit 1962 nunmehr über 30 Milliarden US-Dollar an sowjetischer Hilfe erhalten. Der durchschnittliche Betrag liegt zurzeit bei rund 4 Milliarden US-Dollar pro Jahr, das sind 11 Millionen pro Tag, rund die Hälfte der gesamten Auslandshilfe Moskaus. Eine Milliarde davon ist reine Militärhilfe. Da die Wirtschaft des Landes durch die orthodoxe Anwendung narzisstischer Prinzipien stark gelitten hat, verschiedene einst profitbringende Unternehmen sind unrentabel geworden, ist diese stetige Finanzspritze für die Zahlungsfähigkeit der Insel unerlässlich geworden. Um seinen Exportverpflichtungen gegenüber der UdSSR nachkommen zu können, hat sich Kuba, so unglaubliches Scheinmarkt, vor nicht allzu langer Zeit sogar gezwungen gesehen, Zucker zu importieren. Anfang der 80er Jahre wurde in Kuba die militärische Aufrüstung stark forciert, Während die durchschnittlichen Waffenlieferungen bis 1980 bei 34.000 Tonnen im Jahr lagen, betrugen sie von 1981 bis 1983 jeweils 63.000, 68.000 und 55.000 Tonnen, wurden aber danach auf die übliche Menge reduziert. Somit sind in den letzten Jahren insgesamt 270 Düsenjäger, 90 Helikopter, einschließlich Kampfhubschrauber, 950 Panzer, 700 Artilleriewaffen und 208 SAM-Startgeräte ausgeliefert worden. Die Frage, was sich die UdSSR von dieser außergewöhnlichen Großzügigkeit verspricht, liegt sehr nahe. Strategisch gesehen beherrscht Kuba die zwei Zugänge zum Golf von Mexiko, die Florida-Straße, 145 Kilometer breit, und den Kanal von Yucatan, 160 Kilometer. Zu Friedenszeiten werden nicht weniger als 44% des gesamten Außenhandels der USA gewichtsmäßig über die im Golf vom Mexiko gelegenen Häfen abgewickelt und 65% ihrer Rohölimporte passieren eine dieser beiden Meeresengen. Der für die in Europa stationierten US-Verbände bestimmte Treibstoff wird ebenfalls über diese Route transportiert. Im Falle eines Krieges in Europa wäre Kuba in der Lage, die Verstärkungs- und Nachschubtransporte erheblich zu beeinträchtigen. Die von den kubanischen Luftstützpunkten fliegenden Mittelstreckenmaschinen sind außerdem in der Lage, den Schiffsverkehr im Panama-Kanal und in der Karibik zu bekämpfen. Es wird angenommen, dass sich noch eine geringe Anzahl von Mikoyangurewitsch, MiG-19 als Jäger in den kubanischen Luftstreitkräften befindet. Gemäß der Übereinkunft von 1662 hat die UdSSR lediglich ein kleines Truppenkontingent, bestehend aus rund 2800 Soldaten, sowie die gleiche Anzahl an militärischem Hilfspersonal auf der Insel stationiert. Die auf Kuba stationierten Soldaten gehören nicht zu den Truppen, die an vorderster Front eingesetzt werden, sondern dienen als Wachpersonal für verschiedene militärische Einrichtungen, insbesondere für einige wichtige Stationen zur elektronischen Aufklärung und Funkaufklärung. Des Weiteren betreibt die Sowjetunion in Torrens nahe Pinar del Rio eine Relais- und Kontrollstation für ihre Aufklärungssatelliten. Zu Friedenszeiten besteht die primäre Rolle Kubas in der Unterstützung politischer Gesinnungsgenossen auf dem amerikanischen Festland. Diese Politik erwies sich als vorteilhaft, als Nicaragua 1979 den Sozialismus proklamierte und damit begann, revolutionäre Bewegungen in benachbarten Staaten zu fördern. Derzeit sind auf nicaraguanischem Staatsgebiet etwa 7000 kubanische Berater tätig, von denen 1200 mit militärischen Angelegenheiten betraut sind. Die Einmischung Fidel-Castros führt dazu, dass zahlreiche lateinamerikanische Staaten Distanz waren. Von den 122 Staaten, die volle diplomatische Beziehungen zu Havanna unterhalten, gehört nur ein Drittel zu Mittel- und Südamerika. Zu den sich distanzierenden Ländern gehören, wie könnte es anders sein, die zahlreichen rechtsradikalen Regimen dieser Region, deren undemokratische Regierungsformen die Aktivitäten linker Guerillas geradezu herausfordern. In den vergangenen Jahren hat Kuba einen Kurswechsel vollzogen, der sich von einer revolutionären Ausrichtung distanziert und stattdessen auf eine friedliche Koexistenz abzielt. Als entscheidender Wendepunkt kann die Invasion Grenadas durch Verbände der USA im Oktober 1983 bezeichnet werden. Zusammen mit eher symbolischen Truppenabordnungen anderer karibischer Staaten waren die amerikanischen Truppen auf der Insel gelandet, um die Ordnung wiederherzustellen, nachdem der sozialistische Regierungschef von Militanten es wird angenommen, dass er von Fraktionen seiner eigenen Regierung ermordet worden war. In Anbetracht von Indizien, welche Verbindungen zu Kuba nahelegten, wurde seinerzeit postuliert, dass ein kurz vor der Fertigstellung stehendes Flugfeld als vorgeschobene Basis konzipiert worden war, um den Einsatz kubanischer Kampfflugzeuge auch über der östlichen Karibik und über Venezuela zu ermöglichen. Obgleich sowohl von Seiten der amerikanischen Regierung als auch seitens der Medien die Bedeutung und den Ausmaß der kubanischen Verbindung überzeichnet wurden, scheint die Reaktion der USA Castro zum Nachdenken gebracht zu haben. Der eindrucksvollste Beweis für die Zurückhaltung Kubas wurde im Februar 1986 beim Sturz des viel kritisierten Präsidenten Duvalier im benachbarten Haiti erbracht, als sich keinerlei Hinweise auf eine Einmischung Kubas finden ließen. In der Tat lässt sich annehmen, dass der Einfluss der USA maßgeblich für den Rücktritt dieses despotischen Herrschers war. Das Verhalten Kubas in dieser Angelegenheit könnte auf eine veränderte Einstellung in Zukunft hinweisen. Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass Kuba keine vergleichbare Intensivierung der Unterstützung Nicaraguas vorgenommen hat wie die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Unterstützung für die rechtsgerichteten Rebellen, die dort die sozialistische Regierung bekämpfen. Seit 1962 haben die Vereinigten Staaten die Entwicklungen in Kuba kontinuierlich beobachtet. Dennoch unternahm Präsident Carter Anfang 1977, lediglich zehn Tage nach seinem Amtsantritt, den Versuch einer Verbesserung der Beziehungen, indem er die Anweisung gab, die Überflüge mit der Lockheed SR 71 einzustellen. Vier Jahre später jedoch führte die Regierung Reagan eine wesentlich strengere Politik ein, was darauf hindeutet, dass die Überwachung seitdem wieder intensiviert wurde. Tatsächlich ist die mit Lockheed U-2 zur Beobachtung Nicaraguas auf dem Stützpunkt Patrick AFB Florida stationierte Einheit in der Lage, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, wobei die Verwendung von seitwärts gerichteten Kameras eine Überfliegung erübrigen könnte. Laut Angaben der US-Luftwaffe hat Kuba bis zur Einstellung der Überflüge im Jahr 1977 die beachtliche Anzahl von 810 Boden-Luft-Raketen auf die Lockheed SR 71 abgeschossen, ohne dabei auch nur einen einzigen Treffer zu erzielen. Während des Zeitraums, in dem die Überflüge eingestellt waren, kam es zu einer häufigen Störung der Satellitenüberwachung durch niedrige Wolkendecken. Allerdings ermöglichte die Umlaufbahn des Satelliten KH 11 die Erstellung einiger Infrarotbilder. Eine weitere Datenquelle stellt der Seek Skyhook Fesselballon mit einem Radarüberwachungssystem der US Air Force dar, welcher sich in einer Höhe von 3.666 Metern über Cujo Key in Florida befindet. Der mit ELINT-SIGINT-Sensoren ausgestattete Seek Skyhook ist gemäß vorliegenden Informationen in der Lage, Maschinen, die auf den rund 240 Kilometer entfernten kubanischen Flugfeldern starten, zu beobachten. Als Standardenträger des Sozialismus ist Kuba aufgrund seiner geografischen Lage und Größe im besonderen Maße auf eine hohe Militarisierung angewiesen. Bei einer Einwohnerzahl von 10 Millionen verfügen die regulären Streitkräfte über eine Gesamtstärke von 100.000 Mann, wobei weitere 155.000 in der Reserve stehen. Es wird davon ausgegangen, dass eine Mobilisierung innerhalb weniger als 4 Stunden erfolgen kann. Des Weiteren sind bis zu 50.000 Kubaner, insbesondere für militärische Aufgaben, kontinuierlich im Ausland eingesetzt. Das bei weitem größte Kontingent, dessen Stärke derzeit bis zu 35.000 Mann beträgt, ist gegenwärtig in Angola stationiert. Dort sieht sich die linksgerichtete Regierung mit starken Guerilla-Verbänden konfrontiert, die von Südafrika unterstützt werden. Seit ihrer Stationierung im Jahr 1975 wurden diese Einheiten, deren Kosten von Kuba getragen werden, lediglich zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Hinterland eingesetzt, sodass die angolanischen Truppen sich auf die tatsächlichen Kampfaufgaben konzentrieren konnten. Dennoch erhebt Südafrika wiederholt den Vorwurf, die kubanischen Truppen würden die Lage in dieser Region destabilisieren. Südafrika hat wiederholt den Versuch unternommen, mit Angola über einen Abzug der kubanischen Truppen zu verhandeln. Dies war jedoch angesichts der permanenten südafrikanischen Überfälle auf seine Nachbarstaaten mit wenig Erfolg verbunden. In Äthiopien sind gegenwärtig 10.000 kubanische Soldaten an einem Bürgerkrieg beteiligt, dessen Auswirkungen die jahrelange Hungersnot erheblich verschlimmert haben. Des Weiteren sind kleinere kubanische Beratergruppen in Libyen, Algerien, auf den Seychellen sowie in Tansania vorzufinden. Für einen kleinen Yachtclub, dessen Boote sich die Gewässer mit kubanischen Kanonenbooten teilen, und einen Badestrand, dessen Zugänge von Landminen und Panzerabwehrgräben geschützt werden, mit der dazugehörigen Eisdiele, umgeben von Bodenluftraketen vom Typ FIM-92 Stinger. Die Abwehrvorrichtungen des kürzlich eröffneten Hamburger Lokals von McDonald's unterstehen allerdings noch der Geheimhaltung. Als eine wichtige Trainingsbasis der Atlantic Fleet wird Gitmo kaum den Kubanern freiwillig zurückgegeben werden. Denn sie erfüllt außerdem die Funktion einer nachrichtendienstlichen Station und demonstriert den Nachbarn Kubas deutlich, dass die USA fest entschlossen sind, ihre Machtstellung in der Karibik zu behalten. Im Anschluss an die Raketenkrise von 1962 waren die Vereinigten Staaten zunächst mit militärischen Problemen konfrontiert, die von sowjetischem Personal betrieben wurden. Seit 1982 liegen zudem Berichte über einen moderneren Ersatz vor, dessen Typ jedoch noch nicht bekannt ist. Jede einzelne BM-Stellung ist mit einer eigenen Anlage zur Überwachung und Verfolgung auf kürzere Distanzen ausgestattet. Die SAM-Abwehr ist lediglich in Höhen bis zu 18.300 Metern wirksam und kann somit dem Höhenaufklärer SR-71 nichts anhaben. Die einzige Bodenluftrakete, die sich gegen die SR-71 einsetzen ließe, die SA-5 Gammon, wurde bislang nicht an Kuba geliefert. Zu den Abfangjägern gehören zwei Staffeln, die mit der MiG-19SF Farmer und nahezu 200 MiG-19F Fishbed unterschiedlicher Varianten ausgestattet sind. Sie werden von Santa Clara, Camagui und San Antonio aus eingesetzt. Obgleich rund 30 MiG-21F Tagjäger und 55 MiG-21 PFM, PFME, allwettertaugliche Maschinen zur Verfügung stehen, besteht das wahre Rückgrat des Verbands seit 1981 aus 100 Maschinen. Kuba ist weltweit äußerst gut vertreten und verfügt daher auch über einen entsprechend starken Einfluss. Obwohl Konflikte zwischen einzelnen Ländern von höchster Tragweite sind, können sie mitunter auch als grotesk wahrgenommen werden. Die Vereinigten Staaten von Amerika verfügen an der Südostküste Kubas über einen großen Militärstützpunkt, der als Guantanamo Bay bezeichnet wird. Seit der Amtsperiode Präsident Roosevelt ist die 116 Quadratkilometer große Basis der US Navy mit großem Luftstützpunkt auf ewig an die Regierung der USA verpachtet, welche sie als Gitmo bezeichnet. Auf der 6.000 Mann starken Basis ist zudem eine Unterstützungseinheit mit McDonnell Douglas TA-4J Skyhawk stationiert. Die US-Regierung überweist jeden Monat den Pachtzins von 4.085 US-Dollar, was von der kubanischen Regierung jedoch regelmäßig verächtlich zurückgewiesen wird. Im Rahmen einer umfassenden Aufrüstung von Heer und Marine, die über dieselgetriebene U-Boote sowie raketenbewaffnete Fregatten und Patrouillenboote verfügt, hat die Fuerte Aria Revolutionaria, revolutionäre Luftwaffe, zusätzliche Kampfflugzeuge erhalten. Der Fahrer stehen gegenwärtig rund 600 Maschinen zur Verfügung. Die Gesamtstärke von 16.000 Mann setzt sich aus gut ausgebildeten, kompetenten und politisch motivierten Piloten zusammen. Zur Luftverteidigung stehen Abfangjäger sowie Bodenluftraketen zur Verfügung. Die Bodenluftraketen vom Typ SA-2 Guideline sind an 24 Orten mit je sechs Abschussstellungen stationiert und stellen ein Potenzial von mindestens 500 Raketen dar. Im Jahr 1976 wurde die Anzahl um 140 SA-3 Goa erweitert. Im Jahr 1983 folgten 140 SA-6 Gainful, welche in Cardenas und Bejucals stationiert wurden. Die Frühwarnüberwachung wird von einem Talking-Radar mit Sidenet-Höhenmessung übernommen. Im Jahr 1977 wurde eine Staffel mit MiG-23 Flogger E in San Guglian stationiert. Im Jahr 1981 wurde hierzudem eine Einheit mit der leistungsfähigeren Flogger B stationiert. Es kann angenommen werden, dass zum gleichen Zeitpunkt auch die besonders gut manövrierbaren Infrarotgelenken ARM vom Typ R-60 AA-8 EFIT ausgeliefert wurden, um die K-13 AA-2 Atoll Luftluftraketen zu ergänzen. Ob schon die MiG-21 BN Flogger F die wichtigste Angriffsmaschine der kubanischen Luftstreitkräfte darstellt, sind auch rund 20 MiG-17 Fresco der Nahunterstützung zugewiesen. Die ersten Maschinen des Typs Flogger trafen im Jahr 1977 in Guinea ein und rund 35 Maschinen stehen jetzt dort bereit. Der Aktionsradius dieser Maschinen beläuft sich auf 1300 Kilometer, sodass sowohl Florida und Honduras als auch die US-Insel Puerto Rico von ihren Heimatstützpunkten aus abgedeckt werden können. Von Grenada aus sind einige davon mit schweren Waffen bestückt, darunter die Typen EMI-8 HIP-E und Mi-4 Hound. Letztere gehören zu den älteren Modellen. Hinzu kommen 60 Exemplare des neuen Modells Mi-4 Hound. Des Weiteren stehen der Marine-14 ESW-Hubschrauber vom Typ Mi-14 Haze zur Verfügung. Ein Verband von 4000 Fallschirmjägern steht bereit, um bei Bedarf von den 22 Antonov an 26 Curl der Transportflotte abgesetzt zu werden. In Anbetracht der Tatsache, dass Kuba die bei weitem stärkste Luftwaffe in der Karibik besitzt und über dreimal so viele Überschallabfangjäger verfügt wie alle seine Nachbarstaaten zusammengenommen, stellt sich die Frage nach der Funktion dieser Streitkräfte. Die Unterstützung der linksgerichteten Guerillas in Zentral- und Südamerika, deren Aktivitäten in der Vergangenheit wohl weniger offen und großzügig gehandhabt wurden, stellt für Kuba keinen Bedarf an diesen Maschinen dar. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Konsequenzen sich ergeben würden, wenn NATO-Truppen und Warschauer Paktverbände in einem bewaffneten Konflikt in Europa geraten würden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Flogger außerdem Venezuela, Kolumbien, Guyana und einen Teil Brasiliens in Reichweite haben. In Anbetracht der Bedrohung durch die Vereinigten Staaten wurden die kubanischen Luftstützpunkte mit einer beachtlichen Anzahl von Flugzeugschutzbauten, nämlich nicht weniger als 190, ausgestattet. Die sowjetische Präsenz ist minimal und beschränkt sich ausschließlich auf nicht kämpfende Maschinen. Sie besteht aus einer Handvoll Tupolev Tu-95-142 Bear, welche von San Antonio aus Seeaufklärungseinsätzen über dem Südatlantik fliegen, sowie einigen wenigen Transportern und Verbindungsmaschinen, die auf Havana-Eujosemati und Siguena nur zu Stippvisiten landen. Zu den starken Helikopter-Unterstützungsverbänden gehören mindestens ein Dutzend Mil Mi-24 Heint-Kick-Kampfhubschrauber, die ab 1982 ausgeliefert wurden, sowie 60 Mil HIP, einige davon schwer bewaffnete Mil Mi 8 HIP-E, bei anderen handelt es sich um das neue Modell HIP und 60 ältere Mil Mi 4 Hound. Der Marine stehen 14 ASW-Hubschrauber des Typs Mil Mi 14 Hays zur Verfügung. Ein Verband von 4000 Fallschirmjägern steht bereit, um bei Bedarf von den 22 Antonov an 26 Curl der Transportflotte abgesetzt zu werden. In Anbetracht der Tatsache, dass Kuba die bei weitem stärkste Luftwaffe in der Karibik besitzt, mit einer dreimal so hohen Anzahl an Überschallabfangjägern wie alle seine Nachbarstaaten zusammengenommen, erscheint die Frage nach deren Aufgaben als berechtigt. Die Unterstützung der linksgerichteten Guerillas in Zentral- und Südamerika, wenngleich diese nicht mehr so offen und großzügig gehandhabt wird wie in der Vergangenheit, stellt für Kuba keine Notwendigkeit dar. Allerdings stellt sich die Frage, wie sich die Situation darstellen würde, wenn in Europa NATO-Truppen und Warschauer Paktverbände in einen Konflikt verwickelt würden und die Nachschub und Verstärkung Konvois die amerikanischen Häfen in Richtung Europa verlassen würden. Die US-Geheimdienste vertreten die Einschätzung, dass Kuba mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht unmittelbar nach einer Annäherung an die russische Seite mit Angriffen auf westliche Schiffe in der Karibik beginnen würde. Unter Berücksichtigung der geringen Wahrscheinlichkeit, im Ernstfall auf nennenswerte militärische Unterstützung aus Moskau zählen zu können, ist davon auszugehen, dass Kuba eher den Versuch unternehmen wird, eine neutrale Stellung einzunehmen und allenfalls eine weitere Entwicklung der Lage abwarten wird, die eine strategische Verbesserung mit sich bringt. Die Regierung in Washington hat deutlich gemacht, dass sie bereit ist, eine Nicht-Einmischungsgarantie zu geben, sofern Kuba schnell und unmissverständlich seine Neutralität erklärt. Dies erfolgt trotz der unterschiedlichen militärischen Befehlshaber, die im Falle eines europäischen Kriegs einen Präventivschlag gegen ein unentschlossenes Kuba vorziehen würden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017